keine lust zu farmen dann hol dir jetzt gold items accounts oder leveling für dein lieblings mmo no work just fun with randy run hallo liebe ww freunde wir sind zurück in classic kulti und chin sind natürlich auch dabei hallo hallo und ja wir haben gerade schon festgestellt wir haben drei quests zwei komplett hast du dir auch kulti weil du warst ja hier irgendwie weit weg wo müssen wir denn jetzt hin okay powers below war iron forge und a lost master war höhle weißt du noch wohin okay und an den komischen tower haben wir auch noch offen oder wir schauen mal aber was ganz anderes wir haben eben schon mal so ein bisschen gesprochen langsam sehen wir echt ein bisschen besser aus hier vom equipment war so ganz am rand sagen wir noch külter bunt das ist jetzt erstmal unsere letzte aufnahmesitzung vor patch 7.3 wir machen hier quasi erstmal staffelpause und dann irgendwann nach 7.3 weiter weil das momentan einfach mehr aktualität hat und auch mehr aufmerksamkeit sag ich mal erfordert im arbeitstechnischen zeitmanagement sinne problem ist nächste woche games kommen da sind wir auch nicht da wir sind noch in combat und jetzt kommt ja alles mit macht alles kann ich habe mir haben alles dann wo ist der demo schaut schon hier für macht einer 39 39 okay nicht schlecht wo der haut richtig reinhauen ist ja lustig ich habe ja schon weiß das gar nicht aber kulti ja ich habe auf dem live angefangen nehmen bei droiden zu leveln ein doch weil ist ja cool und so ich wollte mal was anderes als diese prog magier immer nur haben dachte ich mir oder habe ich mich erkundigt was denn wenig prog hat dann hieß es die eule wenig prog und sehr viel kontinuität was musst du jetzt hier drin machen ich sage mich ein christ geberzeugen habt ihr müsst doch vorher den also ich habe die komplette ist ja ich auch warum sind wir dann hier gibt man die ab eigentlich ja 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 schon gemacht ich hatte den bären auf jeden fall schon gewunken war ich auch und ich bin auch schon zu dieser höhle hier ja jetzt müssen wir doch feind volkhor in dark shore in give him the enchanted moonstalker club aber hier in der höhle gibt man die quest aber lost master ja genau i would suggest waiting until you find grimclaw aber wir müssen den um wenn wir vorne anziehen und usen und ist der bär ich will geben noch mal ich zieh mal den den umhang an vielleicht haben wir ihn deswegen nicht gesehen ja also wir müssen auf jeden fall den um also in der quest steht dass wir es usen sollen wenn wir grimclaw sehen umhang ja steht da guck klox magic once invoked will not last long perhaps five minutes perhaps it will it will be up to you to know when to use it i will suggest waiting until you find grimclaw wie war das noch mal was musste man mit grimclaw machen keine ahnung hatte ich aber das hatte ich letztes mal schon aber ich glaube winken heißt nicht wink auf englisch wave nee wink ist wink ist zwinkern ach so ja stimmt ja ja wir haben zugezwinkern grimmclaw befindet sich zu östlich und wimpern bevor man sich zurück zu sehen nein was ich sagen wollte weil ist eigentlich voll uninteressant hier gerade das leveln mit level gear ich habe ja ewig nicht mehr gelevelt ne ich hasse ja leveln wie die pest eigentlich ich auch man hat ja immer mit jeder erweiterung so einen schönen boost das ist dann ja noch mal was anderes hier ist gar nix aber das leveln ich habe den doch schon benutzt ich bin doch schon kätzchen aber durch die gebiete ich meine die eule ist jetzt irgendwie keine ahnung 52 oder sowas an zwei abenden ist halt super schnell irgendwie also das was wir jetzt hier an zeit bis level 18 verdattelt haben hat halt irgendwie keine ahnung eine halbe stunde gedauert so ungefähr also hier drinnen auch nicht also wie ich mich eingeloggt habe war der questgeber da drin gestanden was hat den jemand getötet weil hier liegt auch ein skelett oder ist das kultisch skelett von vorhin oder ist das kultisch skelett von vorhin grimmclaw will be alongside the road waiting for you signal to him by waving when you see him and he will point the way towards master das ist ja doch tot und wenn die die fuhrbeugs gekillt noch nein nicht so viel auch mal an habe ihn schon gewaved er hat gesagt okay der zeigt uns nur den weg in die höhle warten also ich kann in dieser katzengestalt krischmann ich kann laufen das laufen ja weil doch immer in deine humanoide gestalt gehen musstest um mit leuten zu sprechen aber blümchen blümchen pflücken kann ich auch in der bärengestalt das feier jetzt ist er da aber bestimmt tot von den vorbeugs oder so da hockt er da hockt er ich sehe noch nicht da hinten drei neue quests hier ja es geht so ich kann sie jetzt nicht mehr abgeben warte macht das mal aus ach kulti warum klickst du immer auf ich hab nur die quest angenommen einfach ja escape du hast ne scheiß dings gestartet wow kulti da war nichts mit wollt ihr starten oder so ich hab nur die quest angenommen ja aber das konnte man sich doch erdenken ich lese doch das nicht nein ne gut ich lenne die wahl draufklicken weißt du weißt du chinten hast du unser mythic plus bestdorf gesehen ne hab ich noch nicht angeguckt musst du mal machen denn da erfährst du ja am ende warum kulti so ist wie er ist denn er ist halt einfach gierig oh man ne 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 so ein müllschlucker ihr droiden immer nicht nur du alle alle droiden in dem addon gefühlt die man bedienen muss gefühlt hab ich alle unsere droiden aus der gilde am anfang der erweiterung in den instanzen gekippt weil jedes mal wenn man in mythic plus irgendwas bekommen hat was man selber nicht brauchte oder auch wenn man es brauchte brauchst du das ich könnte es noch für einen meiner vier specks gebrauchen ist das halt echt nur droiden ne 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 schraubt ja hab ich ich kümmer mich mal um den schamanen und haut ihm ins gesicht mit maul ne eigentlich hab ich ihn grad gestern hau ihm aufs maul Träckige Drecksviecher Wobei ich mag, dass das Spielzeug der Holzstundfest ist cool Wo man sich hier in den Vorbeug verändern kann Ich könnte ja den Typen auch einfach heilen hier, ne? So, dann ist er wieder voll Kein Problem Damals musste ich für irgendein Enchanting Rezept Rezept Enchanting Rezept musste ich Vorbeugs kloppen ohne Ende, um da rufzufahren Das Schwert ist schon scheiße hässlich, ne? Aber ich erinnere mich, dass ich das mit meinem allerersten Krieger auch mal so ein Style-Schwert hatte Das ist doch nicht cool Ja, für damalige Verhältnisse war das cool Ja gut Ich meine, da kam jetzt nur noch Aschkandi an, fand ich Was? So vom Style, Aschkandi war saunice Ja, ja, aber doch nicht im Vergleich mit dem Teil hier Ja, Aschkandi war halt das beste Schwert, was du haben könntest Ja, Aschkandi das bestgespiegelste und bestaßenste Schwert überhaupt Ja, 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 andersrum, andersrum Nicht Aschkandi kam an das ran, andersrum Das hier kam einigermaßen an Aschkandi ran Es sieht aus, als ob man es irgendwie im Toys R Us geklaut hätte oder so Ich finde das voll geil So ein Pizza-Falette Weißt du, wollte ich gerade sagen, genau an sowas erinnert mich das An so einen Bäcker, der so seinen Holzstab da hat, mit dem er die Brot in den Ofen schiebt Genau an sowas erinnert mich das Ja, der ist aber ein ganz chilliger, ne? Ja, der ist ganz chillig, ne? Druide halt Oder er sagt, ach nee, guck mal, der hat voll die Verbände Dem geht's bestimmt nicht gut Aber sobald ein Mob kommt, da kann er reinchargen Ja, aber die Frisur ist schon, ne? Frisur ist der Hit We made it, my friend Remember to find Tarentus and let him know we are safe Thank you again So, jetzt gehen wir nochmal zurück Und wahrscheinlich kann ich es jetzt nicht annehmen, die Quest Nee, weil wir jetzt warten müssen, bis er wieder da ist Und ich nicht mehr den Effekt vom... Wobei, nee, den hatte ich auch nicht an, also ich keine Sorge Den Bär brauchst du nicht, der sagt ja nur, in welche Richtung du musst Nein, es geht um die Verwandlung von dem Umhang Nein, die brauchst du auch nicht, weil ich konnte auch gerade die Quests abnehmen Auch nur, damit du nicht von den Vorbeugs gekehlt wirst Achso, es macht Sinn, dass man danach ja rausgeht und sie killen muss, oder? Das ist, ja... Man konnte zwei Sachen wählen Ich hab's leider nicht so schnell lesen können, wie Kulti draufgeklickt hat Einmal irgendwie... Ach, du musst das auch noch machen Escape through force Und ja, ich hab's ja nicht angenommen Ich war ja dann so nett und hab gedacht, ich lehne es ab Oh, und noch einer Muss ich verpissen Da wollen wir den entweiten Ach, er versaut erst wieder Oh, Mann Leben ist so hart Was wollen denn alle Viecher immer von mir hier? Zack, unterbrochen nummerste gar nichts Ich hab ihm erstmal einen Harmstring gegeben Jetzt kann er nicht mehr so schnell laufen Ja, weil er so viel Drang hat, wegzulaufen Ja, eigentlich wollte ich Schild-Bash drücken Mich aber verdrückt Achso Guck mal Schild des Affen Ja, ist aber schlechter Hier, da mach ich direkt Gier Ja, wunderbare Quest, ne? So war dat halt Und heute schimpfen sie übers Phasing rum Hm Was würd ich jetzt darum geben, dass diese Quest im Phasing ist? Ich find Phasing, total Du musst ja einfach nur abgeben und dann einfach annehmen irgendwas Und ich klicke dann auf OK Irgendwer hatte sich auch beschwert Oder was heißt beschwert angemerkt Ähm Dass durch das deaktivierte Sharding auf den Rollenspiel-Reims Er ja jetzt wieder FPS-Einbrüche und so weiter hat Weil so viele Spiele in den Gebieten rumlaufen Mein erster Gedanke war, ungelogen, ganz ehrlich Auf RP-Reims spielen doch Leute Jaja, ist es auch, also keine Ahnung Ja, wir waren mal Durch fünf Leute mehr, der irgendwie FPS-Einbrüche hat Liegt das, glaub ich, nicht daran Sondern eher an seinem schlechten PC Äh, der Saito aus unserer Gilde und ich Haben mal auf Aldo und Twink gemacht Und der Saito hat auch gleich in Goldhain seinen Körper verkauft, ne? Und jemand wollte ihn auch kaufen, ne? Also Aber er war leider nicht in seiner echten Gestalt, da ist er eigentlich ein Pandare Boah, was eine Quest zum Abgewöhnen hier Was willst du denn? Jetzt will er zeigen, dass er doch nicht so gierig ist, ne? Wo will er die australien, ne? Ja, hat er Warte Da kannst du Kannst du von einem Magier langsam Fall bekommen dafür Boah, Bananen gibt er mir Sehe ich aus wie ein Affe Ich bin ein Bär Wie hat der vor allem sein Pet genannt? Was stimmt mit dem Typ nicht? Hat er sein Pet genannt? R, S, A, C Und er heißt Z, E, Q, M Ja, bei Großbuchstaben hat er sein Pet benannt Ja, wenn man's kann Wenn man's kann, ne? Er hat schon Einen Ehrenhaft zu finden Er konnte sich ja schon selber nicht mit Großbuchstaben benennen Anwege zu seinem Pet Ja Und sonst so? Ja, ich sitz in einer nassen, triefigen Höhle Und schau grad, was ich so im Inventar hab Vollstoff Irgendwas Alkoholisches Saufen Kann ich nicht, während ich in Bärenform bin, okay Dann so Alles klar, lass es laufen Alles klar Hau weg, die Scheiße Ich hab noch vier Jetzt noch drei Also, Kinder Alles rein damit Alkohol Kann zum Zeitvertreib genutzt Haben wir nicht eine Vorbildfunktion? Ja, haben wir Sag ich doch Nein Eigentlich trinke ich zum Beispiel ja so gut wie gar kein Alkohol Du darfst ja auch gar kein Bier trinken Ja, Bier darf ich zum Beispiel nicht trinken Aber Bier ist ja nicht das einzige alkoholische Gesurfer auf der Welt Nee Ich bin eigentlich auch kein großer Biertrinker Naja, die Wirkung ist aber, naja, nicht so Aber Hab ich das ausgestellt? Beim Andreas unten Der hatte ein richtig leckeres Weizenbier, muss ich sagen Da bin ich echt auf den Geschmack gekommen Ja, ey, wie gesagt Bier darf ich ja eh nicht Ja Bist ja so ein Allergiker Und das glutenfreie Bier, ey Das ist echt ein bisschen ekelhaft Also ich hab keine Ahnung, ob Bier so schmecken muss Wobei Ich hab ja noch nie Bier getrunken Ich kenn ja nur das Gluten Also doch früher mal Ganz, ganz früh hab ich mal Males Bier probiert Aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern Das ist schon Aber auch glutenfreie Produkte schmecken halt nicht Na, wie die echten In Anführungszeichen Es geht aber doch Also mittlerweile Wenn ich zum Beispiel Gerade Biskuitbohnen, wenn ich den backe Merken die Leute keinen Unterschied Wenn ich den einfach Den hinstelle Sagen sie Boah, der schmeckt ja voll lecker Giraffen ist eigentlich gar nicht so süß So ein Baktchen, der stellt einfach den trockenen Biskuitbohnen Nein, nein, nein Käsesahnetorte hab ich am Sonntag gemacht Käsesahne Käsesahne Biskuit und dann schön Käsesahne Am Wochenende lief passend dazu Im Fernsehen hier Traumschiff Surprise, ne? Achso Kennst du doch? Ja, kenn ich Hab ich aber nie angeguckt Was? Ja, äh Schon der zweite Toli bei uns aus der Gilda auch nicht Was ist denn mit euch einfach hier? Es ist nicht so mein Habt ihr diese ganze Bully-Ära verpasst? Ne, Bully selber Bully-Parade Bully-Parade War hier so Wie gesagt Bully-Parade So Dimitri Und keine Ahnung Das fand ich super geil Immer Schnell, oh mein Gott Escape-Through's Nein! Entschuldigung So ein Dreckiger Nachtelf Ich glaube ich war das Was? Ich hab vergessen Was du abgeben musst Was? Warte, ich brech sie einfach ab Ja, glaubst du Der hört dann auf zu laufen? Ich hoffe Ne, tu dann nicht Natürlich nicht! Weißt du Warum machst du denn das? Eben Flames zu Kulti noch hart dafür Ich weiß es nicht, Mann Ich war so aufgeregt Weil der andere da stand Ich war so aufgeregt Ich hab einfach gar nichts mitbekommen Ich war einfach nur klar Ich war so aufgeregt Und nun? Oh Mann Ja, keine Ahnung Also die Quest nervt mich schon hart Muss ich sagen Fahr mir einfach nur ein Schiff Irgendwo anders Ja, wir gehen von vorne Ich glaube das ist das Beste Ja, aber ich hab hier echt kein Bock mehr Ne, lass das gehen Das ist doch scheiße Zum Ende können wir nochmal Weltreise machen Ja, damit wir zum Start der zweiten Staffel im Dämmerwald sind Genau Das ist ne gute Idee Ah, jetzt muss ich ja auch noch besoffen rumtalken Ach, der hat ja die Quest abgegeben, Mann Ja, es tut mir leid Ey, ich werd nicht mehr Da flamst du Kulti Und machst genau das gleiche Ja, aber Kulti hatte nicht das Problem, dass da jemand war Fremdes Moment Der Ruhestand erobert ihn Ah, ja, stimmt Kann ich nicht nutzen, während ich in Bärengestalt bin Das ist doch Was ist das hier eigentlich Ich hab gar keinen Oman an, hä? Oh Erstmal den ganzen Schott verkaufen Und das ist ja auch